Okay, ich verstehe, ich verstehe. Okay. Dass er sie gewunken hat. Können wir die Kiste mitnehmen? Sehr gut. Ähm, ja. Sie weint? Hat sie gerade geweint? Okay. Alles klar, das war also überflüssig. Ich dachte, ich nehme gleich alles mit, damit wir nicht nochmal zurücklaufen müssen, aber gut. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Gibt es ja manchmal diese Schatten, die wir einsammeln können. Das scheint hier nicht so zu sein. Keine Schatten da für Schuhe. Willkommen bei DM. Bei DM? Quatsch. Bei Deichmann. Meine Güte. Wieder Regen. Ähm. Komm mal zu mir. Okay. Okay. Ja, ich kann leider nicht ranzoomen. Aber schönes Bild. Sehr schönes Bild. Ups. Weil sie kann mega weit springen. Ich muss mich anstrengen, überhaupt rüber zu kommen. Okay. Uh, so. Aha, da ist so ein Schatten, Junge. So ein Schattenmensch oder was auch immer. Was ist da drin? Ja. Können wir irgendwas mit denen machen? Kommt sie wieder nicht mit? Na? Na, hält das fest. Kann ich rausschieben? Nee, soll ich nicht. Hä? Muss ich das von der Tür wieder wegschieben? Kann ich dem Tier irgendwie helfen? Okay. Was dann? Ah. Ach so. Ich verstehe. Okay. Sehe ich eigentlich. Ich wundere mich schon, warum sie nicht reinkommen will. Aha. Na, dann hilf mir mal. So. Du bist auch schwer, mein Kindchen. So. Und jetzt? Nein. Ernsthaft? Okay. Glück gehabt. Okay, das sind so Treppen. Auf geht's, Mensch. Heute kommen wir richtig gut voran. Okay.